Robert Sanderson Mulliken war ein US-amerikanischer Physiker und Physikochemiker. Er erhielt 1966 den Nobelpreis für Chemie für seine grundlegenden Arbeiten über die chemischen Bindungen und die Elektronenstruktur der Moleküle. Mithilfe der Orbitalmethode, Leben und Werk, Mulliken wurde in Newburyport, Massachusetts geboren. Sein Vater, Samuel Parsons Mulliken, war ein Professor für organische Chemie am Massachusetts Institute of Technology. Schon als Kind lernte Robert Mulliken die Namen und die botanische Klassifizierung von Pflanzen und hatte allgemein ein exzellentes, aber selektives Gedächtnis. So erlernte er die deutsche Sprache so gut, dass er den entsprechenden Highschool-Kurs überspringen konnte. Jedoch konnte er sich nicht an den Namen seines Deutschlehrers erinnern. Mulliken half seinem Vater bei der Erstellung seines vierbändigen Werkes über die Identifizierung organischer Moleküle und wurde schon früh ein Experte in der Nomenklatur organischer Verbindungen. An der Highschool in Newburyport wählte er den wissenschaftlichen Zweig. Er gewann ein Stipendium am MIT, das auch schon sein Vater bekommen hatte. Schon in den ersten Semestern verfasste er seine erste wissenschaftliche Veröffentlichung über die Darstellung von organischen Chloriden. Er belegte auch einige Kurse in Chemieingenieurtechnik und arbeitete als Werkstudent bei verschiedenen Chemiefabriken in Massachusetts und Main. Er erhielt den B.S. in Chemie vom MIT im Jahr 1917. Während des Ersten Weltkrieges entwickelte er an der American University in Washington, D.C. für die amerikanische Amichemiewaffen. Er zog sich dabei schwere Verbrennungen zu. Nach dem Krieg arbeitete er über den Einfluss von Zinkoxyd und Ruß auf Kautschuk, begann aber 1919 ein PH. Diet-Programm an der Universität Chicago. Seine Doktorarbeit behandelte die Trennung von Quecksilberisotopen durch Evaporation. Durch Kurse bei Robert Millikan wurde er mit der Quantentheorie vertraut und durch den Besuch von Kursen bei Hermann Irving Schlesinger in der Chemie des Bohrs. An der Harvard University erlernte er spektrographische Techniken bei Fred-Erik Albert Saunders und Quantentheorie bei Edwin Cambly. Zu dieser Zeit lernte er viele der späteren Koryphäen wie Robert Oppenheimer, John H. van Vauleck und Harold C. Uri kennen, ebenso John C. Slater, der mit Niels Bohr gearbeitet hatte. 1925 und 1927 bereiste er Europa, um mit bedeutenden Wissenschaftlern wie Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Werner Heisenberg, Louis de Broglie, Max Born, Walter Bote und Friedrich Hund zusammenzuarbeiten. Molliken wurde besonders durch Hund beeinflusst, der an der quantenmechanischen Interpretation von zwei atomigen Molekülen arbeitete. In der Folge entwickelte er seine Molekülorbitaltheorie, auch als Handmollikentheorie bekannt. 1926 bis 1928 lehrte er Physik an der New York University. Danach ging er als Associate Professor an die University of Chicago, wo er 1931 eine volle Professur erhielt. Im Zweiten Weltkrieg leitete er 1942 bis 1945 Dekasekunden Information Office für das Plutonium Project der Universität. 1961 wurde er Distinguished Professor für Physik und Chemie. 1985 ging er in den Ruhestand. 1936 wurde er Mitglied der National Academy of Sciences, 1965 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 18��8 2040 2240 2340 2240